Bevor das Video Bevor das Video startet, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Oh, ich werde so lange brauchen gegen die Troller hier. Oh, ich werde so lange brauchen, um nichts mehr zu verpassen. Spiel Stopp! Spiel Stopp! Hä? Ich habe was Falsches gedrückt? Warte. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Chat. Und es ist so leise, wieso höre ich nichts? Ach, wie ging das nochmal? Was muss ich da nochmal drücken? Okay. Okay, weiter mal. Gut. Musik Mann, Digga, es ist aber auch nicht, Alter, fängst du wieder an. Man muss jeden Scheiß auswendig lernen in diesem Game. Man muss sich alles merken, alles aufwendig lernen. Es ist aber auch ein Abfall. Das Spiel provoziert einen so krass. Wenn so eine Scheiß alter Oma mich verprügelt. Wo ist die? Was ist die Scheiße? Lass dich nicht irritieren. Geh mal rauf, geh mal rauf, geh mal rauf. Hä? Nein. Mach platt, die Arschgesichter. Hä? Hä? Was?! Bitte lass es zu Ende sein. Ist die Scheiße! Oh mein Gott! Hä, wie gut bin ich in dem Game? Ich bin auch in einem ganz verrückten Gebiet hier, habe ich das Gefühl. Was hat der da? Alter! Der der Bazooka! Scheiße, wenn man keine Muni mehr hat, ne? Kein Problem. Flipp drauf. Reicht doch! Digga, diese Fähigkeitsdinger sind ja auch komplett OP. Du kannst dich ja voll schnell auf Aschina... Was ist das denn? Okay, ich glaube es ist ein Boss. Immer diese Bazookas! Der hat mich ja überhaupt geknallt. Was ist das denn? Der gibt mir safe ne Gebetsperle. Was ist das denn, was ist das denn? Was ist das denn, was ist das denn? Okay. Das ist das denn, was ist das denn. Wir können sehen, was ist das denn? Oh nein. Ich bin zuerst. See? Dieńst-Bassers would ich im Gelują? Ist denn. De so wiederer? Das ist das, was du zuerst! Oh nein. Ey, knall ich mich die ganze Zeit nur ab! Unterwegser. Ich glaube, ich muss gegen den ein bisschen tiefensiver spielen. Och, Mann! Spielstopp! Ein kleiner Zipper? Ist das Geisteskrank? Ihr Wichser! Ist das krass! Ist das krass! Wolltest du dich triggern? So, wenn das jetzt nicht klappt, dann... Ooooooh! Ich bin so schlau! Jetzt komm her mit deiner Bazooka, oder? Ich scheiße! Ich bin so schlau! Ich bin so schlau! Ich bin so schlau! Ich bin so schlau! Das war's für heute. So spielt man dieses Spiel. Gib mir meine Gebetsperle, sonst bin ich sauer. Wo da ist die Gebetsperle? Und das ist nämlich die Scheiß-Lernkurve. Ich brauch' ne Raststätte. Ist das krank. Nicht Winneville. Also, wie soll ich denn da durchkommen, Alter? Ja. Okay. Du Bastard! Komm her! Feuer! Wichser! Boah, der ist aber fast tot. Nein, den schaff' ich locker. Guck mal, wie scheiße er aussieht. Guck mal, wie scheiße er aussieht! Guck mal, wie scheiße er aussieht! Bastard! Ich will stoppen. Äh... Digga, kann der nicht bisschen chillen? Bisschen? Wichser! Feuer! Fuck! Knappe Kiste! Weh mit deinem Scheiß-Schwert an! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ran an Speck. Und hoch! Und jetzt krieg's so einen in die Fresse! Ohohoho! Und vier! Parieren, 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 parieren! Feuer! Ein auf die... auf die Dölz! Und tschüss! Wo ist meine Perle? Oh, da ist meine Gewichtsperle! Okay, gut. Machen wir weiter Meter. Manchmal hält er sich aber auch nicht fest. Ich glaub, der nächste Kampf wird gegen so ne Schlange sein. Die weiße Schlange. Durchgang zum versunkenen Tal. Ja, ja. Ich bin... Da ist er! Oh! Ne! Was geht denn jetzt ab? Hä? Schwimm! Digga, was ist das für ne Scheiße! Ja, ich muss da eigentlich schon... Hm... Ach manno! Also gegen die Schlange kann man nicht kämpfen. Weil die keinen Lebensbalken hat, sag ich! Einen kurzen Zipper! Da ist ein Eingang! Schwimm! Schwimm mein Freund! Scheiße oder? Und erst mal rasten! Ab zur Raststätte! Komm mal her, du Arsch! Der ist ein Weißhafer oder was jetzt? Der ist der Beste oder was? Der ist der Krasseste! Er ist der Krasseste! ich habe so respekt vor ihm ach digga die ganze scheiße für das da ist er der wird sein oder gut jetzt wieder schlau im leben sein ich glaube ich kann ihn direkt ein leben abziehen du bist ein ninja löwenaffen ein leben das für ein lacher komm mal her du bastard der macht den meter aber warte mal ich kann sogar auf den drauf ok kurz mal chillen der ist immer kaputt er fuhrt der arsch er fuhrt mit voll guckt die leute an er hat aber ein leben balken aber so war der kater bei der vor sich was ein scheiß lacher wachsig und noch einmal die fritze also der soll mich brechen wobei ich habe gelernt ich wette da kommt noch ein scheiß oder shinobi ist fertig ist das ein scheiß lacher digga du wachst es du wachst es ich wusste es der hat keinen kopf mehr was ist das jetzt warte mal der hat doch gar keinen kopf mehr der arsch was wird das wo hat denn der sein schwert her tschüss mal okay dann muss ich mich verpissen komm mal her ich habe halt kein leben mehr den durch kann werde ich nicht schaffen nur ein bisschen trainieren oder ich sehe mich nicht den schaffe ich locker es war aber klar ich habe eine frage an die warum machen die dann überhaupt ein leben hin da nach oben ich dachte erst mal ich habe es ne weil da stand dieses shinobi ding fertig er pupst mich wieder voll ich hasse ihn wie konnte ich ihn in meinem first try in die scheiß zweite phase bekommen und dann beim zweiten mal direkt nach einer sekunde sterben den mann kriege ich auch nicht aus der haltung er pupst wirft er mich mit seiner kacke ab wer ist das oder du wixter weg komm nein 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 Das war sie hier Okay, warte mal Ich kann wieder auferstehen Aber das ist okay So, da ist jetzt ein scheiß Schwert Ich bleib an ihn dran, hau mir direkt mal hier einen ein Gib ihm direkt ein paar Und mach mein Feuer jetzt Feuer und L1R1 Steh auf du Arsch Aufstehen Run Krieg der überhaupt nicht Danke Mach mal Okay, bringt ihn überhaupt nichts Das hindert ihn nicht daran Alter Bruder, aber ich sag ehrlich Der Kampf ist ja wieder geisteskrank Nervig Man sieht nichts Der Arsch wirft mit seiner Kacke nach mir Der pupst mich voll Ich seh mich selber nicht Dann schreit er mich voll mit seinem Nuttenmundgeruch Der Durchgang ist verwirrtet Hier ist jetzt einfach nur noch eine Erntfolge Pups Er ist so ein Hurensohn Wirklich Guck mal wie er mich mit seiner Kacke abwirft Also erster Eindruck Real Talk Nicht so schwer Ich hab' den Topf der Gier Nein, das hab ich eh nicht mehr Gib mir deine zweite Faserarsche auf Dass er mich nochmal vollpupst Ist ja geisteskrank Da kann ich Guck mal wie er immer dann an seinen Arsch fest Du Scheißwechser Aber der Try ist es halt nicht Das ist voll schwierig Mit den Trys sich die einzuteilen Ich hab' den Topf der Gier 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 Er ist echt, ich nehme es zurück, er ist schwer Aber er macht keinen Spaß Marlenia war schwer, dieser Gerincho war auch schwer Aber der hat Bock gemacht, aber er ist ein Huch Ach man Oh Gott Ach man Also ich hatte ihn einmal Ja so, es ist schon 2 Uhr 24 Ich mache Jungs, ich muss morgen früh nach Hey du, lass mich hier verrückte Affen die ganze Zeit killen Ich mache max bis 3.30 Uhr Sofort offline Guck mal, ich treffe ihn nicht Ich erkenne da nicht mal Er macht seine Bewegungen so Unübersichtlich, ich checke nicht Wann ich wo parieren soll Sofort offline 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 So, das war hier mit Abschaum ein besserer Durchgang. Jetzt übernehmen. So, das war hier. 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 die haus die sterbliche klinge so die haben jetzt alles der sterblichen das bringt uns einen schritt näher jetzt muss ich schon wieder mit dem reden ist das geisteskrank ihr hässlichen verkacken ihr seid direkt nebeneinander redet doch selber ihr steht 5 Meter voneinander warum bin ich hier ein Postbote ihr steht doch nebeneinander was hat sie gesagt ich steht doch nebeneinander paar Meter du bist hier und die ist hier redet doch selber der hier oh Gott warte mal ganz kurz Spielstaub die anderen Bastarde kommen da auch dazu wie OP ist denn das? wie soll das denn gehen? das nervigste an denen ist halt wirklich alle anderen Feuer zu besiegen ist das krank oder man macht schlau im Leben oder man macht schlau im Leben so jetzt zeige ich mir wie man das macht oh mein Gott ist das krank okay okay ich hab nen Plan Bastard okay 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 und so spielt man ist nämlich aggressiv und schön ich stehe doch hier im bastard das ist ein starker spiel genau mein geschmacksonerkämpfer ok ja was geht denn hier ab ähm ich das ist besser Der hat zwei Leben? Das ist doch kein Leben mehr Ähm Alter Komm her Wo ist der? Ohohoh Ohohoh Was ist das? Warte mal ran Guck mal was geht Gesamt Tode wieviel habe ich schon? 202 lassen wir direkt mal drinnen die 203 Wie verkrackt ist denn der? Ich weiß aber was ich machen muss Was ist das? Das ist noch mal ein Wieser Spiel stopp Das muss ich erstmal abklingen Was ein Hohen Sound Ich weiß nicht Es ist das Ich weiß nicht Ich weiß nicht Was ist der war aber Ganz kurz mal, er hat sogar dann, er hat sogar zweimal, ähm, er hat zweimal das gehabt. Aber er ist auch echt, guck mal wie eklig er spielt, ne. So mein Freund, dann lass mal knacken. Wo ist der Bastard, jetzt holt mich wieder seine Ult, der macht jetzt Sova-Ult wieder auf mich. Mann, Digger. Ich muss rein. Bastard. Glaube ich jetzt nicht. Nicht die Sova-Ult. Nicht die Sova-Ult, oder? Wechser. Das ist ein Drecksfight, Digger. Ist irgendwo ein Mini-Wass. Der bist du? Du bist der Mini-Wass? Ja. Okay, chill mal ganz kurz. Schlangen, Auge, irgendwas. Das war kein Stoß, einfach. Aber den schaffe ich. Den kann sich voll gut, auf den verstecken. Also, ja, gut. Gut. Ich schwöre, ich genieße es gerade so. Ich genieße es so krass, ne. Scheiße, oder? Geh mir meine Gebetsperle, du Bastard. So, und ihr Bastarde. Was seid ihr und euer Chef? Hä? Wer seid ihr? Und du da oben? Du bist der Letzte. Komm her, mit deiner Kanone. Ich komm da nicht hin. Ich werd diesen Wichser kennen. Und wer jetzt das Letzte? Mann, Digga, ich komm da nicht hin. Der wird sterben, der Typ. Und jetzt das Letzte ist. Der haut mich immer runter. So. Ist ja geisteskrank hier. Löwenaffe. Nicht erst, du wieder. Den Durchgang kannst du eh nicht holen. Ich hab diesen Bastard doch schon mal gekehlt. Ich hab ihn noch schon mal gekehlt. Ähm. Na gut. Obwohl, ich kann noch einmal. Was kommt jetzt, finde ich? Mann, das glaub ich jetzt nicht. Einer von diesen Bastarden war doch schon genug. Und jetzt ist ein zweiter da. Genau das, was ich hasse in diesem Spiel. Wenn ich nicht eins gegen eins machen kann. Das ist krank. Ich schwöre, das ist krank. Ich schwör's dir. Das ist krank in meinen Augen. Das ist in meinen Augen krank. Ich schwöre, das ist krank. Ich schwöre, das ist krank. Ich schwöre, das ist krank. Wollt ihr mich ficken eigentlich? Was ist das? Komm her. Was? Das ist doch. Zähküseh? Zähküseh? Kiofzähküseh? Madiga! Kiofzähn Du Dreckskusen! So und jetzt komm her! Eins gegen eins, du Bastard! Drei Leben, reicht für dich! Und jetzt komm her. Oh, du dreckiger, dreckiger Wichsaffe mit deinem Schwanz-Gusen. Komm, 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 ruf sie, ruf sie. Dreckiger Wichsaffe mit deinem Schwanz-Gusen-Gusen-Gusen-Gusen-Gusen-Gusen-Gusen. Ah! War das random? Gebiet? First try, nee, wieder scheiße. Ja, da ist er. Ich brenne. Ich hab diese ganzen Drecksaffen geknallt. Da versier ich euch auch. Hier euch mir euer Leben. Scheiße, ne? Wenn man Gamecense hat. sometime. Scheiße. Scheiße. oh Gäbe, ich schieße um eine Gebetsperle. Ist das alles krass. Ich höre überhaupt nicht ernst. Bist du hier zu stark für dieses Gebiet? Und das weiß, dass ich zu schwach bei den anderen Gebieten war. Verstehst du das? Rechne dir das mal hoch. Wenn ich hier zu stark bin, war ich anscheinend bei den schweren Gebieten zu schwach und habe mich vier Stunden von irgendwelchen Affen gegen die Wand knallen lassen. Habe ich aufgegeben? Nein. Ihr habt mich in dieses Verderben gestürzt. Ich habe Gerinchia besiegt, ohne zu wissen, was Mizikirio ist, dieses Stabding. Ich wusste nicht mal irgendwas. Ich habe einfach nur pariert, 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 pariert. Und ich habe es trotzdem gemacht. Vielleicht sieht es auch einfach nur so einfach aus. Das Game heißt, man kann nicht überlevelt sein. Man kann sich nicht überleveln. Das sieht vielleicht einfach nur gerade so geil aus. Macht euch mal Gedanken, wenn ihr nachher schlafen geht. Alter, spielt Elian auf. Digga, da sind schon wieder Affen, oder was? Drei Affen. Oh, ich kann das nicht. Eines der Parlinen ist leer. Fried mit diesen Affen. Oh, nee. Ah, gut. Was ist? Irgendein Rätsel, Scheiß. Schlag den. Schlag ihn. Mann, Digga, ich hasse. Ich schwöre, das Spiel sorgt dafür, dass ich Affen hasse. Digga, ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwo ein. Hier sind Fußschritte. Oh! Schlag ihn! Oh! Oh! Okay. Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn! Nee, warte. Schlag ihn! Ach, dieser Bastard. Schlag ihn! Hä? Bam! Hä? Ist doch einfach. Was wollt ihr? Ich glaube, es ist nur ein Affe. Ich bin ganz schön stark. Man kann nicht abwehren. Das ist der Letzte! Das ist der Letzte! Bleib dran! Ist das geisteskrank. Lass ich doch mal kurz mit dem reden, du Wichser! Und noch jemand? Was ist das gerade? Das ist der Safe-Tipp. Ihr Scheiß-Mixer, lasst mich jetzt mal kurz mit dem reden. Ja. Affe im violetten Kimo, Affe im Orangen. Äh, orange! Der Affe im Orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein riesen Gezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gern. Trommel da auf seinem Fick, Drecks, Schwanz, verkackten, Drecks, Basterd, Bettpfanne. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Ich weiß, wie ich es mache, glaube ich. Und dann muss ich mich an den Amt schleichen. Der muss nur zu mir kommen. Komm zu mir! Komm zu mir! Du Bastard! Was? Ich hab doch alle drei gekillt, Mann! Ich schwöre, das ist doch scheiße. Ich hab einen unsichtbaren gekillt. Ich hab einen gekillt, der nicht sehen kann und den anderen, keine Ahnung, was mit dem los war. Es fehlt noch einer. Was ist das? Rieber, also ich hasse wegen dem Spiel, wirklich. Ich hasse Affen wegen dem Spiel. Mann, Digga, es ist... Ich hab das nach der Fall... Ich hab's einfach irgendwie gemacht. Jeder... Jetzt check ich erst, dass jeder Raum was mit einem Affen zu tun hat. Genau. Und der ist hier, die... Ist das irgendwas hier mit zu tun? Ja, wobei ich nicht verstehe, was das bringen soll, die Tür aufzumachen dann. Ja, als... Zumachen hätte doch Sinn ergeben. Ja, ich kann sie nicht wieder zumachen. Hier geht nicht. Was soll ich machen? Dann hat das, glaube ich, nichts mit dem zu tun. Ja, aber du weißt, was das gemeine ist? Du machst es mir einfach schwieriger, weil du mir das durcheinanderbringst. Hätte ich die Tür aufmachen sollen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Wie ich dir sage, ich weiß, wie... Immer wenn ich hier bin, ich jag den einfach, bis der tot ist. Ich bin wie ein tollwietiger Hund. Ich sehe den, ich renne hin, ich töte ihn. Fertig. Ich benutze diese Türen und diese Rätseln auch nie. Ich gehe einfach hin und ich ermorde diese Affen. Ich bin ganz simpel. So. Ich renne den Huren so jetzt hinterher. Ja, ja. Das mache ich auch immer. Manchmal dauert es halt mal ein bisschen länger, so ein, zwei Minuten, aber dann habe ich den und ist der tot. Ein, zwei Minuten, oder? Ja. Guck dir den Huren so nochmal an. Zeig mal dein Skill jetzt. Machen wir Abkürzungen laufen auch. Gucken, wo der so lang geht. Predikten. Zack, zack. Wie beim Fußball. Antizipieren nennt man das. Wo geht der lang? Dann kann man wieder ein Clip draus machen, Digga. TikTok direkt hochladen. Du Hurensohn! Hä? Das war's. Das war der Trick. Also, dieser Raum hier ist der Trick. Dieser Raum ist sehr dunkel. Der sieht dich nicht. Na und? Er ist doch da nie hingekommen. Ich habe doch da die ganze Zeit gechillt. Ja, musstest du den einfach nur reinlocken mäßig. Jetzt auch mal Zeit nach. Auch mal morgen gehen oder so. Ja, aber soll ich dir sagen, was bei Sekiro das Ding ist? Sekiro ist zeitlos. Das kann ich immer zocken. Ich kann es in zwei Wochen. Das stimmt. Das ist das Ding. Das ist so mein, das ist mein Ass im Ärmel, Sekiro gerade. Ach, geil. Also, super schön, Sekiro zu sehen. Es ist zeitlos. Ich kann es zocken, wann ich will. Weißt du? Das ist es halt. Aber es wird noch besser. Also, du wirst noch süchtig nach Sekiro. Glaub mir. Du wirst so merken, oh mein Gott, okay. Jetzt ist ja richtig geil. Ich habe doch schon die Hälfte. Die Hälfte der Bosse habe ich doch schon. Aber du wirst noch ein paar Bosse kriegen und wirst du denken, oh, das macht so Spaß. Und die ficken dich und dann bist du wieder sauer auf mich und sagst, Reaper, du bist ein Bastard. Aber dann hast du die besiegt und dann denkst du, geil war das. Wow, war das geil. Bis zum nächsten Mal.